Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und willkommen zu einem neuen YouTube-Video hier auf meinem Kanal, wo es darum gehen wird, diese Dreierreihen auf einem Bild auf Instagram zu posten. Aber vorher müssen wir diese Dreierreihen erstellen. Und ganz ehrlich, es gibt bestimmt super viele Wege, die nach Rom führen. Vielleicht gibt es sogar eine App, die das alles erstellt. Ich habe es über den mir kürzesten, einfachsten Weg gemacht, und zwar über Photoshop. Ich wollte einfach eine Datei haben, in drei Reihen erstellen, die Bilder da reinziehen. Aber das Ganze ist nicht so einfach, wie es klingt. Ich habe viele Fragen bekommen, Vitali, wie hast du diese Dreierreihen denn gemacht, dass die dann wirklich schön gedrittelt sind, die Bilder, dass die dann schön auf Instagram gepostet werden können. Deswegen würde ich sagen, lasst uns keine Zeit verlieren und uns direkt Photoshop anschauen. Aber kurz vorher, seht ihr diesen Weihnachtsbaum? Es wird langsam kälter. Ich liebe die Weihnachtszeit. Und ich dachte, so ein kleines Bäumchen tut vielleicht auch dem Bild ganz gut. Also jetzt Photoshop. So, Photoshop. Wir klicken auf Neuerstellen. Wir gehen hier oben auf Web-Bereich. Und da wir ein Format von 5 zu 4 haben möchten für Instagram, könnte man hier 4000 mal 5000 Pixel schreiben. Aber da das viel zu viele Pixel sind für Instagram-Zwecke, reicht auch nur die Hälfte. Das bedeutet 2000 mal 2500 Pixel. So, DPI passt. Zeichenflächen brauche ich nicht. Die mag ich nicht für diese Zwecke. Und alles andere wird so passen. Und ich klicke auf Erstellen. Jetzt haben wir einen weißen Hintergrund. Ich doppelklicke hier einmal auf diesen Hintergrund und bestätige mit OK, um ihn einfach erstmal auszublenden. So, jetzt wollen wir diese Dreierreihen erstmal mit Hilfe von Hilfslinien einordnen hier. So ein schönes kleines Raster erstellen, mit dem wir viel einfacher hantieren können. Das bedeutet, wir haben hier eine Höhe von 2500 Pixel. Ich aktiviere mal den Taschenrechner, weil ich nicht so gut in Mathe bin. Und rechne 2500 durch 3, um das hier schön gleichmäßig zu verteilen. Das sind 833 Pixel. Wir gehen wieder in Photoshop auf Ansicht, neue Hilfslinie. Wählen horizontale Hilfslinie, weil wir wollen, dass sie von links nach rechts geht. Und klicken und tippen ein 833 Pixel. So, da ist unsere erste Linie. Und jetzt machen wir das nochmal. Und da ich wirklich schlecht in Mathe bin, nein Spaß, gehe ich sicherheitshalber einfach hier mal 2, weil wir jetzt die nächste Hilfslinie hier haben möchten. Und das sind 1666 Pixel. Und auch diesen Wert gebe ich hier mit einer neuen Hilfslinie ein. 1666 und drücke OK. Jetzt habe ich meine beiden Hilfslinien, die mir gleich helfen, die Bilder schön in diese Bereiche hier einzuordnen. Ich importiere einfach mal mein erstes Bild. Darüber gehe ich auf Dateien, Platzieren und Einbetten. Und gehe dann einmal kurz auf meine Festplatte, das Shooting mit Paula. Und habe ich hier schon die Bilder vormarkiert in grün, die ich hier gerne rein hätte. Ich drücke auf Platzieren. Das Bild wird geladen. Ist drinnen. Passt sich auch schon hier links und rechts an. Und das möchte ich ganz oben haben. So. Ich platziere das mal so, bestätige mit OK, beziehungsweise mit Enter. Aber jetzt haben wir das Problem, das ragt hier halt drüber. Und damit das nicht passiert, erstellen wir einfach eine Maske. Und damit wir ganz einfach eine Maske erstellen, war es so wichtig, dass wir diese Hilfslinien hier anlegen. Weil jetzt können wir einfach auf dieses Auswahlwerkzeug gehen, eine Auswahl ziehen und sie rastet hier bei den Hilfslinien ein. Und wir drücken einfach nur noch auf, ich warte, eben eine Maske hinzufügen. Und voila, wir haben das Bild. Lasst euch nicht irritieren durch diese Anzeige hier. Wenn man näher heranzoomt, dann ist das eigentlich geschlossen und da entsteht auch keine Lücke oder so. Und wenn wir jetzt das Bild innerhalb dieser Maske bewegen wollen, und hier, das können wir nicht, bevor wir diese Klammer hier gelöst haben, diese Klammer hier unten rechts einfach mal lösen. Und dann bleibt die Maske, wenn wir das Bild auswählen, bleibt die Maske da, wo sie ist, wird das Bild nur innerhalb dieser Maske bewegt. Und ich wähle einfach mal so diesen Ausschnitt, bestätige. Jetzt gehen wir zum nächsten Bild, welches wir hier einsetzen möchten. Wieder die gleichen Schritte platzieren und einbetten. Das Bild auswählen, was ich da haben möchte. Erstmal mit Enter bestätigen. Und jetzt könnten wir auch theoretisch einfach schon mal die Maske hier ziehen, in der Mitte eine Maske erstellen, diese Maske lösen, das Bild auswählen und nachträglich das Bild noch hier anpassen, so wie wir es haben möchten. Und genau dasselbe machen wir zum dritten und letzten Mal mit dem dritten Bild, welches wir hier wieder auswählen, platzieren und einbetten. Schon mal etwas unten platzieren, so wie wir es ungefähr haben möchten. Dann das Auswahlwerkzeug wählen, es auswählen mit Hilfe der Hilfslinien, deswegen heißen sie Hilfslinien, erstellen eine Maske und können dann noch innerhalb dieser Maske, wenn wir das Bild ausgewählt haben, das Bild verschieben. Ich fand es ganz schön, dass man diese Halskette noch sieht, deswegen gehe ich auch nochmal hier rein. Und so vielleicht. Wir können die Hilfslinien auch mit Command, hier an meinem MacBook mit Command, Komma ausblenden. Und das wäre die fertige Dreierreihe, die wir jetzt nur noch exportieren müssten. Bevor ich euch das zeige, kann ich euch auch gerne zeigen, wie man hier die Bilder einfach nur austauschen kann. Ich bringe das erstmal in die richtige Reihenfolge, und zwar ist das ganz oben, das in der Mitte, damit ihr das besser sehen könnt, welches Bild ihr austauschen möchtet. Jetzt möchte ich zum Beispiel das obere Bild ausgetauscht haben, dann klicke ich hier auf das Bild rechts, beziehungsweise hier rechts, und gehe auf Inhalt ersetzen. Dafür habe ich übrigens auch einfach einen Shortcut erstellt, weil es viel schneller geht, als so, wie ich es gerade gemacht habe. Und hier könnte ich zum Beispiel dieses Bild ersetzen. Und voilà, das Bild ist drin, ich kann das Bild wieder innerhalb dieser Maske verschieben. Und so könnt ihr diese Photoshop-Datei als Photoshop-Datei abspeichern und immer wieder neue Dreierreihe mit vielleicht alten Bildern erstellen. So, jetzt werden wir das Ganze nur noch exportieren, und exportieren, da bin ich auch kein, ich exportiere das selten für den Web, aber eigentlich könnte man das machen. Ich mache ganz oft Speichern unter, gehe einfach auf JPEG und sage, Dreierreihe01 von mir aus, lasse ganz oft alles so, wie es ist, drücke auf Speichern und die beste Qualität, und ziehe das dann nur noch per AirDrop auf mein Smartphone. Und ganz kurz an dieser Stelle, vielleicht wollt ihr gar nicht im 5 zu 4 Format, sondern in einem 1 zu 1 Format. Das bedeutet, wir könnten hier einfach auf 2000 mal 2000 Pixel gehen und genau dasselbe Spiel wie vorhin machen. Einfach wieder den Taschenrechner nehmen, 2000 durch 3 sind immer 666. Hier wieder die Hilfslinien einblenden bei 666 und dann nochmal schauen, wenn wir das jetzt mal 2 nehmen, um die nächste Hilfslinie zu platzieren, sind es 1333. Gehen wieder auf neue Hilfslinie bei 1333 und voilà, wir haben hier dieselbe Dreierreihe, nur im 1 zu 1 Format. Ja, das soll es gewesen sein von diesem kleinen Tutorial. Der Vorteil bei einem 5 zu 4 Format, bei einem 5 zu 4 Bild, ist einfach, dass ihr mehr Pixel zur Verfügung habt. Das bedeutet, eure Bilder größer präsentieren könnt. Der Nachteil ist so ein bisschen im Feed versteckt, so eine Dreierreihe in einem 1 zu 1 Format gepresst. Sieht halt nicht so schön aus wie in einem 5 zu 4 Format. Deswegen auch nochmal die Möglichkeit, die ich euch am Ende gezeigt habe. Ihr könnt diese Dreierreihen auch im 1 zu 1 Format machen. Dadurch werden die Bilder noch schmaler, aber dafür sieht es im Feed dann insgesamt schöner aus. Müsst ihr selber für euch entscheiden. So, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim selber nachmachen. Ich habe ihn aktuell. Ich schaue mir ganz alte Shootings an und versuche da aktuell Dreierreihen draus zu machen. Ist nochmal ein ganz anderes Bild. Es macht einfach unglaublich Spaß, alte Bilder rauszukramen, zu gucken, welche in einer Dreierreihe funktionieren. Hier natürlich die klare Empfehlung. Querformat ist viel leichter in eine Dreierreihe zu pressen als hochformatige Bilder. So, wenn euch das Video gefallen hat oder noch besser geholfen hat, und das hoffe ich ganz stark, dann gebt mir gerne einen Daumen, abonniert den Kanal für noch mehr Tipps in der Zukunft, haut auf die Glocke, nur nicht auf meine. Bleibt gesund. Ich wünsche euch alles Gute und vergesst niemals, warum ihr eigentlich fotografiert. Bis zum nächsten Mal. Oder? Untertitelung des ZDF, 2020